ja herzlich willkommen heute wieder auf dem radioaktive server vielen von euch ist sicher schon mal dieser schwarze nebel auf dem wasser aufgefallen heute geht es halt um das thema schwarzer nebel was passiert da was muss ich da tun und sollte ich das als anfänger machen oder nicht also erstmal gilt es zu sagen dieser schwarze nebel kann in jedem griff bauen ihr seht ihn da vorne man kann ihn relativ gut von weitem erkennen und der spawn ist halt komplett random kann halt irgendwo auf dem wasser sein wenn ihr durch diesen schwarzen nebel durchfahrt passiert erstmal nichts solltet ihr euch aber reinstellen und dort vom steuer weggehen ertönt quasi so ein horn geräusch und kurz danach wird eine große schwarze level 90 galeone spawn welches dann zu versenken gibt wenn ihr diesen nebel aktiviert was ihr wie gesagt dadurch tut dass ihr innen drinne vom steuer weg geht wird es gleichzeitig neblig und fängt an zu stürmen in dem grid was das ganze sehr komplex beziehungsweise aufwendig macht dieses schiff zu zerstören ihr solltet also ein vernünftiges schiff haben mit einem grauen schiff kann das sehr sehr schnell sehr schief gehen und am besten ist es wenn ihr 200 prozent plus kanonen an damage drauf habt wir fahren jetzt mal diesen schwarzen nebel rein ihr seht es passiert erstmal nichts und dann gucken wir gleich mal was passiert so jetzt in diesem nebel drinne da muss man manchmal ein bisschen gucken ob man den gleich aktiviert kriegt hier offensichtlich noch nicht dass man immer ein bisschen gucken mit der position ja mal gucken ihr seht da diese leuchtende kugel schon müssen wir noch kurz den richtigen punkt finden ist nicht immer ganz so leicht diesen punkt zu finden wo es denn dann losgeht ganz so leicht haben wir den Punkt gefunden. Ihr hört das Horn ertönen. Ihr solltet jetzt möglichst schnell gucken, dass ihr euer Schiff dreht und ein Stück aus dem Nebel rausfahrt. Beziehungsweise euch von dem Punkt, wo ihr ihn aktiviert habt, entfernt. Da ihr sonst in dieser Gully spawnt, was euch halt relativ schnell, oder die Gully in euch spawnt, was euch relativ schnell euer Schiff zerstören kann. Sie macht sehr, sehr, sehr viel Schaden. Es ist also nicht zu vergleichen mit irgendwelchen SOD-Schiffen, Navy-Schiffen, sondern da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Ihr werdet gleich sehen, dass es anfängt zu stürmen und dass der Nebel sich über das komplette Grid ausbreitet. Und da seht ihr es. So, ihr seht, es hat angefangen zu stürmen. Es wird sehr, sehr neblig. Was das Manövrieren natürlich auch nochmal etwas schwieriger macht. So, ihr vousight Herndromat. Das war's. Das war's. Das war's. Ihr seht, es ist sehr schwer, dieses Schiff im Nebel zu behalten, bzw. im Auge zu behalten. Das war's. 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 nicht gebraucht. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was euch dort erwartet. Bereitet euch gut vor. Wünsche euch viel Glück bei eurem ersten schwarzen Nebel oder bei euren nächsten schwarzen Nebeln. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao auf einem Radioactive Server.